Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, ich habe ein kleines Abo-Spezial für euch und für dieses Abo-Spezial, immerhin habe ich die 100 geknackt, war eigentlich gar nicht so geplant, aber ich danke euch vielmals, für dieses kleine Spezial habe ich mir was vorbereitet, nämlich ich werde mir freitags 17 Uhr für euch Zeit nehmen und werde euch natürlich live in mein Let's Play aufnehmen, also not live, nicht gerade, aber ihr könnt mit mir mitspielen und Samstag könnt ihr euch das Video selber angucken, es wird höchstwahrscheinlich, es wird Minecraft sein, ich werde euch hier sozusagen einladen und ihr braucht einfach bloß dazusteigen, also ihr müsst schon in meiner Freundesliste drin sein, wenn ihr auf der Playstation 4 zockt, einfach dazusteigen und wir können mal zusammen eine Runde daddeln. Über TeamSpeak würde es leider nicht funktionieren, da die Leitungen bei mir ein bisschen geparkt sind für die Let's Plays und es reicht eigentlich nur der normale Kopfhörer, den ihr einen Controller ansteckt. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mal mit dazukommt, wir können eine Runde quatschen, vielleicht noch was aufbauen und so weiter und so fort. Ich werde das glaube ich zwei oder drei Wochen machen, also dass ihr so abwechselnd mal, falls der Server doch voll sein sollte mit 16 Spielern, da macht meine Leitung glaube ich nicht so richtig mit. Wenn, dann richtig. Gut, ich danke euch vielmals fürs Abonnieren, fürs Kommentieren, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Ich würde mich freuen auch an alle Neuankömmlinge, also die auf meinem Kanal neu sind. Ich danke euch natürlich auch, dass ihr auch zuschaut. Wenn manche Let's Plays nicht ganz so hinhauen, wächst jetzt momentan nämlich Destiny, da habe ich ein bisschen Tonproblem zwecks TeamSpeak, Playstation und so weiter. Das kommt alles noch nicht ganz so klar, weil die Technik noch ein bisschen bei mir fehlt. Ist ja auch ein bisschen teuer alles insgesamt. Aber ich denke mal, im Laufe der Zeit wird sich das alles ein bisschen verbessern. Ich hoffe wirklich, ihr bleibt bei mir. Ich will jetzt nicht betteln, aber ich finde es eigentlich recht geil, gerade wenn ihr kommentiert und mit dabei seid, euch die Let's Plays anschaut, gebt eure Meinung dazu, unterhaltet euch auch selbst. Also es spornt mich ganz schön an. Ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Danke, 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 dass ihr bei mir seid. Und ich hoffe, wir haben noch zusammen sehr viel Spaß. Bis dahin sag ich erstmal, ciao ihr und macht's gut.